Juventus Turin darf wohl nicht im Europapokal antreten. Es heißt, die UEFA hat den Klub für ein Jahr gesperrt. Der Grund ist, man hat die Bilanz gefälscht, um nicht gegen das Financial Fair Play zu verstoßen. Mal ganz simpel erklärt, jeder Spieler hat einen Marktwert und ist quasi im Besitz des Klubs. Bei den Transfers wurden dann diese Werte künstlich aufgepumpt, um zu verschleiern, wie mies es dem Klub finanziell geht. Wie das genau funktioniert, klären wir gleich. In Italien ist Juve auch bestraft worden. In der Serie A zehn Punkte Abzug, so ist man in der Tabelle auf Platz sieben gerutscht und wäre theoretisch für die Conference League qualifiziert. Aber die UEFA sagt, nee, ihr fliegt da raus. Juve hat angeblich die Strafe schon akzeptiert, und zwar mit einer Bedingung, es gibt keine weiteren Konsequenzen. Das ist ein Deal, um im nächsten Jahr wieder in der Champions League dabei sein zu dürfen. Dort kann man ja deutlich mehr Geld kassieren. Lasst uns jetzt mal diesen Fall analysieren. Es wird getrickst, betrogen und versucht, jede einzelne Grauzone auszunutzen. Los geht's. Das Grundproblem in diesem Fall ist, Juventus Turin hat zu schnell zu viel gewollt. Man ist finanziell extrem ins Risiko gegangen. Übrigens, wenn ihr Lust auf mehr Fußball-Content habt, lasst gern ein Abo da, da unten draufdrücken. Bei Juve hat 2017 eine neue Ära inklusive diesem Logo begonnen. Man will sich als moderne Marke bzw. Weltclub zeigen. Juve ist, und da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, der größte Klub in Italien. Man hat ein Jahrzehnt lang dominiert, weil man einfach mit Weitsicht agierte. Neunmal in Folge ist man Meister geworden. Spielerisch wurde ein ganz klarer Stil entwickelt. Dazu kommt noch die Infrastruktur. Der Verein baute selbst eine neue Arena, während die Konkurrenz noch meist in alten und maroden Stadien spielt. Aber eine Sache hat gefehlt. Der Henkelpott, der ja auch hier im Hintergrund steht. Präsident Andrea Agnelli ist ein Geschäftsmann. Jemand mit klaren Zielen. Zweimal stand man im Finale. So knapp scheiterte man. Und wahrscheinlich deshalb veränderte er die Klub-Strategie. Der Auslöser dieses ganzen Chaos. Die Idee, wir brauchen mehr Stars, die kriegen das dann hin. Gesagt, getan, dafür brauchte man halt frisches Geld. Juventus Turin ist an der Börse notiert. Um eine Finanzspritze zu bekommen, hat man einfach neue Aktien verkauft. Eine Kapitalerhöhung. Erst 2019 für insgesamt 300 Millionen Euro. Dann 2021 noch mal für 400 Millionen Euro. Es hieß, das ist nötig, um sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, einige Stars musste man schon bezahlen. Cristiano Ronaldo, der eine Rekordablöse im dreistelligen Millionenbereich kostete. Und auch noch ein fettes Gehalt bekamen. Dazu unter anderem Matthijs De Ligt, Adria Rabiot, Aaron Ramsey, etc. Und diese Spieler kassierten richtig ab. Für Juve eine Wette auf die Zukunft. Erfolg war Pflicht. Da hätten eigentlich die Alarmsirenen schon schrillen müssen. Es war ein zu großes Risiko. Ja, Juve hatte einen brutalen Kader. Man holte individuell starke Spieler. Aber mein Gefühl war, sie passten nicht ins neue Juve-System. De Ligt kritisierte beispielsweise mal die zu defensive Denkweise und dass man ihn falsch einsetzte. Er dachte, man will anders spielen. Und so ging's wahrscheinlich nicht nur ihm. Die Konsequenz? Hier ist die schlechte Bilanz in der Champions League. Das sorgte dann für eine Kettenreaktion. Die Einnahmen waren kleiner als gedacht, weil man zu früh ausschied. Die Ausgaben dafür sehr hoch, weil man trotzdem noch die Gehälter bezahlen musste. Die Schulden wurden so immer größer und der Klub geriet in Schieflage. Ja, das war wahrscheinlich der Auslöser dieser Situation. Um's mal sehr deutlich zu sagen. Juventus Turin hat sich verpokert. Sie sind all-in gegangen, um nicht nur eine Weltmarke mit neuem fancy Logo zu sein, sondern auch auf dem europäischen Thron zu sitzen. Aber genau das hat nicht funktioniert, wodurch es dann finanziell immer schwieriger wurde. Jetzt erlebt man, ja, wirklich den Tiefpunkt. Bei Juventus Turin ist der Druck immer größer geworden. Im Fußball gibt's eine ganz klare Regel, das UEFA Financial Fair Play. Das heißt, alle Klubs dürfen nur so viel Geld ausgeben, wie sie einnehmen, damit es einen fairen Wettbewerb gibt. Bei Juve haben die Bosse wohl gemerkt, oh, das ist hier nicht der Fall, das kann Ärger geben. Sie machen nämlich zu viel Verlust und verstoßen so gegen die Regel. Ihr Plan? Sie müssen einen Weg finden, damit es nicht auffällt. Beim Aufdecken des Skandals hat die italienische Justizgolfen. Sie ermittelte wegen möglicher Bilanzfälschung. Es wurden unter anderem Telefonate abgehört, es gab eine Razzia im Klub und es tauchte ein geheimes Dokument auf. Der größte Vorwurf ist, man habe die Marktwerte manipuliert. Alle Spieler sind Fachkräfte, mit ihnen steht und fällt der Erfolg. Juve hat diese Werte künstlich nach oben gesetzt, und zwar mit einem Trick. Die Idee, Juve macht mit anderen Klubs Tauschgeschäfte das Prinzip, beide bezahlen absurd hohe Ablösesummen für die Spieler und profitieren davon. Das bekannteste Beispiel 2020, der Deal mit dem FC Barcelona. Auch ein Klub, bei dem's finanziell ziemlich mies aussieht. Artur Melo für insgesamt 80 Millionen Euro Ablöse zu Juve, Mira Lempjanic für 60 Millionen Euro zu Barca. Jeweils deutlich über den Marktwert. Wichtig ist, da fließt kaum reales Geld, es geht um was ganz anderes. Ein fiktiver Gewinn soll erwirtschaftet werden, damit die Bilanz schöner aussieht. Lasst mich das mal kurz erklären. Der Marktwert wird ganz simpel berechnet. Mira Lempjanic ist 2016 zu Juve gekommen. Die Ablöse damals ca. 32 Millionen Euro. So viel ist er in der Bilanz wert. Aber dieser Betrag sinkt dann jedes Jahr. Das orientiert sich an seinem Vertrag, der in dem Fall fünf Jahre läuft, Stichwort Abschreibung. Das heißt, jedes Jahr sinkt sein Wert um 6,4 Millionen Euro. Bei ihm ist es noch ein spezieller Fall, denn er hat später seinen Vertrag noch mal verlängert. So zieht sich dann auch die Abschreibung in die Länge. Am Ende ist Pjanic nur noch einen Bruchteil wert, insgesamt 11,6 Millionen Euro. Jetzt wird's wichtig. Barca hat für ihn deutlich mehr bezahlt, 60 Millionen Euro. Juve macht also auf dem Papier einen fetten Gewinn. Das Fachwort ist Plusvalenze. Das ist sofort in der Bilanz zu spüren. Man trickst das System aus, beziehungsweise das Financial Fair Play. Damit beide Klubs profitieren, wurde dieser Trick eben mit zwei Spielern gemacht und jeweils so absurd hohe Ablösen bezahlt. Unter anderem eine Sache ist Juve da zum Verhängnis geworden. Ein abgehörtes Telefonat. Matteo Tognossi, der Scouting-Manager, meinte da, die Bosse hatten ihn gebeten, generell Plusvalenze zu machen. Diese Tauschgeschäfte gab's also nicht, weil sie sportlich gerade Sinn ergaben, sondern nur um die Bilanz künstlich zu verbessern. Juve verteidigte sich. Zum einen sei diese Aussage unvollständig und falsch dargestellt. Zum anderen sei dieser Trick in der Fußballbranche ganz normal. Ja, aber die Sache ist, Juve hat das unverhältnismäßig oft gemacht. Meistens mit Talenten. Pablo Moreno, ein Junge ohne Profi-Einsätze, wurde für 10 Millionen Euro an ManCity verkauft. Die Begründung war, ey, das ist ein Shootingstar mit einer extrem hohen Torquote in der Jugend. Er wird mal ein Star. Hm. Im Gegenzug kam Felix Correa für fast den gleichen Betrag. Dazu gab's noch einen Doppeldeal. Manolo Portanova und Elia Petrelli wurden zum FC Genua geschickt. Dafür kam Niccolo Rovella für 26 Millionen Euro. Obwohl sein Vertrag eigentlich bald auslief. Da hieß es, er wollte aus Vereinstreue nicht ablösefrei gehen. Aha, das wirkte auf jeden Fall ziemlich wild. Ihr merkt, wenn man diesen Trick oft macht, summiert sich da ein krasser künstlicher Gewinn. Die Bilanz sieht plötzlich deutlich schöner aus. Insgesamt 42 Transfers von Juve wurden unter die Lupe genommen. Bei ca. 170 Millionen Euro lag die künstliche Wertsteigerung. Grundsätzlich ist das ein total heikles Thema, denn es gibt keinen FIFA-Algorithmus, der den aktuellen Marktwert eines Spielers berechnet. Da gibt's viele weiche Faktoren. Die aktuelle Form, das Alter, die Position, wie viele Klubs Interesse haben, etc. Von daher ist es schwer zu beweisen, dass wirklich betrogen wurde. Aber, und das ist der springende Punkt, bei der Razzia ist dann auf dem Klubgelände ein sogenanntes schwarzes Buch gefunden worden. Das waren Notizen von Federico Cerubini, dem Sportkoordinator. Er hatte Bauchschmerzen, was da im Verein abgeht, und schrieb deshalb diese Liste. Es gab mehrere Punkte, u.a. die Strategie. Ihn störte der übermäßige Einsatz künstlicher Plusvalenze. Okay, die Hypothese der Justiz war, Talente aus der Akademie wurden nur abgegeben, um die Bilanz künstlich zu verbessern. Halt mal fest, Juventus Turin hat über die eigenen Verhältnisse gelebt. Das war ein absoluter Größenwahn. Stars holen viel Geld ausgeben und damit sofort den Henkelpott gewinnen. Aber, um nicht gegen das Financial Fair Play zu verstoßen, wurden Grauzonen gesucht. Es wurde getrickst, und jetzt kann man auch sagen, es wurde betrogen. Es hat am Ende nix gebracht. In der Champions League ist man jedes Jahr früh rausgeflogen. Wirklich peinlich. Und jetzt liegt der Klub finanziell am Boden. Für Juventus Turin hat das natürlich große Konsequenzen. Die ganze Chefetage ist weg. Der italienische Fußballverband hat die Bosse dazu dann auch noch gesperrt. Zum Beispiel Präsident Andrea Anjeli für zwei Jahre, Sportdirektor Fabio Paracci für zweieinhalb Jahre, Vizepräsident Pavel Nedvedt für acht Monate und noch einige mehr. So lange dürfen sie keinen anderen Job im Fußball haben. Das ist die logische Konsequenz, denn es gibt ja noch einen anderen Skandal. Bei den Gehältern wurde betrogen. Lasst uns noch kurz darüber reden. Die Corona-Pandemie hat Juventus Turin hart getroffen, um genau zu sein im Jahr 2020. Die Spieler sollten deshalb auf ihre Gehälter verzichten. Die Jungs sagten, ja, können wir schon machen. Sie akzeptierten. Juve gab deshalb öffentlich ein Statement ab. Insgesamt vier Monate kriegen sie kein Geld. Von März bis Juni. 90 Millionen Euro soll das einsparen. Aber das war eine Lüge. Der Deal sah intern nämlich ganz anders aus. Matthias De Ligt und Mattia De Scilio gaben den Ermittlern Screenshots, damit sie die Chatnachrichten lesen können. In Wahrheit verzichteten die Spieler nur auf einen Monat. Der Rest wurde halt später bezahlt, anscheinend sogar illegal als Schwarzgeld. Was wir hier nicht vergessen sollten ist, Juve ist an der Börse. Die Aktionäre werden mit falschen Infos getäuscht und so manipuliert man den Kurs der Aktie. Übrigens, Andrea Agnelli wurde deshalb zusätzlich für eineinhalb Jahre gesperrt. Ihn werden wir so schnell nicht mehr sehen. Es ist ein schwarzes Kapitel in der Klubgeschichte. Blicken wir deshalb mal in die Zukunft. Für Juventus Turin gibt's jetzt einen Neustart. Der Kader muss komplett umgebaut werden. Schritt eins ist, die Altlasten loszuwerden. Wie hoch der Druck ist, zeigt vor allem die Art und Weise, wie man das macht. Einige Stars hat man aus dem Kader geworfen, sie dürfen nicht mehr mittrainieren. Leonardo Bonucci ist eine Klub-Legende mit über 500 Pflichtspielen für Juve. Ihm wurde im Urlaub gesagt, ey, du fliegst raus. Total unwürdig, denn nächstes Jahr wollte er eh seine Karriere in diesem Trikot beenden. Das wird ihm jetzt versaut. Dazu wurden auch Dennis Zaccaria, Arthur Melo und Weston McKennie aussortiert. Der Grund soll sein, dass sie zu viel verdienen. Jo, wir müssen Geld sparen, das ist alternativlos. Schritt zwei ist dann der Wiederaufbau. Das Klubkonzept wird sich hier stark verändern. Keine neuen Stars, dafür eher talentierte Jungs, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Der neue Sportdirektor ist Cristiano Giontoli. Sein Job ist es, den Kader zu verjüngen. Die Startelf war zuletzt im Schnitt 29,5 Jahre alt. Viele Stars sind über den Zenit. Wie es geht, weiß er. Bei der Sessenz in Neapel baute er einen jungen bzw. hungrigen Kader auf und holte den Scudetto. Er entdeckte Jungs wie Kvisha Quaracellia in Georgien oder Minca Kim in der Türkei. Genau das muss er jetzt wieder schaffen. Na klar, der Umbruch wird Zeit brauchen. Das Gesicht des Vereins wird sich verändern. Wichtig ist, Geduld zu haben und nicht beim nächsten Rückschlag alles über den Haufen zu werfen. Es ist schon krass. Juventus Turin hat die Serie A jahrelang dominiert. Man war die ganz klare Nummer eins. Aber wegen diesen Größenwahn wurde alles in kurzer Zeit zerstört. Die Konkurrenz hat Juve schon überholt. In Zukunft wird es an der Spitze der Serie A deutlich enger. Und es wird Jahre dauern, bis sich Juve von diesem Skandal erholt hat. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Juve ist nicht der einzige Klub, der mutmaßlich gegen das Financial Fair Play verstößt. Manchester City hat gerade die Champions League gewonnen, aber da gibt's heftige Vorwürfe. Im Bolzplatz hab ich darüber geredet, hier ist das Video verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsch ich Gut Kick, haut rein und ciao.